Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorrad-Zubehörs und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Daniel Explains bei Hepco & Becker. Heute unser Thema, unser Orbit SIBO Side Case, also ein Seitenkoffer für unseren SIBO-Träger. Ich erzähle euch, was ein bisschen über diesen Koffer und was es da noch so als Zubehör gibt. Bis gleich! Ja, mit dem Orbit Side Case haben wir bei Hepco & Becker quasi unseren ersten Hartschalenkoffer für unser SIBO-System entwickelt. Also ein Kunststoffkoffer aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-resistent, futuristisch designt, also hier mit dieser Carbon-Optik. Passt er wirklich an sehr, sehr viele Fahrzeuge, gerade bei den sportlicheren Segmenten, bei diesen schlanken Hecks, ist das wirklich eine Lösung, die ich empfehle. Die Besonderheit an diesem Orbit-Koffer, neben dem es ein Koffer ist natürlich für den SIBO-Träger, ist unser 2-in-1-Verschlusssystem. Das heißt, wir haben hier natürlich einmal den Schlüssel, um den Koffer an dem SIBO zu befestigen. Aber dieser Schlüssel ist auch wirklich die einzige Schließung, nicht nur für das Entfernen des Koffers, sondern auch zum Öffnen des Koffers. Und wenn ich den Koffer öffne, sehen wir auch gleich ein kleines Accessoire, einen kleinen Zusatzartikel, den es gibt natürlich für diese Tasche. Sehr, sehr zu empfehlen, unsere Innentasche, die wirklich hier schön in diesen Koffer passt. Da kann man bequem seine Sachen packen und dann einfach in den Koffer geben und schließen. Wie gesagt, alles nur mit einem Verschluss. Jetzt lasse ich mal den Koffer noch unabgeschlossen, dass ich das Ganze nochmal entfernen kann. Denn, ganz wichtig, wenn ihr diesen Koffer bei uns bestellt, sind mit im Koffer geliefert diese Gummistopfen hier. Warum diese Gummistopfen? Ihr kennt vielleicht unsere anderen SIBO-Taschen. All unsere SIBO-Taschen sind eigentlich eher Soft-Gepäck, eben aus Leder oder aus Textilien, die sich hier wunderbar auf den SIBO aufschieben, ohne dass es irgendwo rappelt oder klappert. Bei dem SIBO, äh, bei dem Orbit Side Case, haben wir natürlich ein Kunststoffteil, wo dann eben dieses Alu-C, dieser Alu-Wing, eingeschoben wird. Und das kann natürlich mit der Zeit zu, ja, Geräuschen führen, die nicht so schön sind. Dafür haben wir natürlich diese Stopfen. Die ersetzen dann quasi diese flachen Stopfen hier, sodass das Ganze dann wirklich schön fest einklickt. Das heißt, die Tasche ist dann wirklich ohne großartiges Spiel an dem SIBO befestigt und fertig für die entspannte und ruhige Reise. Der SIBO-Koffer passt, wie gesagt, an sehr, sehr viele Fahrzeuge. Wenn ihr wissen wollt, ob dieser tolle Koffer auch an euer Fahrzeug passen sollte, dann müsst ihr natürlich erstmal checken, ob es überhaupt ein SIBO gibt für euer Fahrzeug, wovon ich aber ausgehen, denn für über 400 Fahrzeuge bieten wir diesen SIBO an. Also, geht auf unsere Webseite, hebko-backup.de, wählt euer Fahrzeug aus und zeigt euch gleich mal den SIBO-Träger und dann stellt euch mal vor, mit diesem schönen Koffer auf eurer Maschine da am nächsten Wochenende zu verreisen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschalten würdet beim nächsten Thema. Mal schauen, was kommt. Bis dahin sage ich, gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ciao. Bis zum nächsten Mal.